Es kommt ne Zeit, da wird sich das alles ändern. Da ist das Sterben ein Teil vom Großen sterben. Und Ertragen ein Teil vom Großen ertragen. Das sind beides Teile von ein und derselben Sache. Und dann ist es nicht mehr allein deins. Und dann tut dein Schmerz auch nicht mehr so weh. Conny sagt, er will ein Haus und ein Auto, wenn wir in Kalifornien sind. Aber wo geht's denn hier nach Kalifornien? Hier geht's nicht mehr. Wieso, was ist denn hier passiert? Nichts. Regnet nur nicht mehr und die Sonne trocknet die Erde zu Staub. Ich verstehe. Und der Staub verdunkelt den Himmel und vermischt sich mit der Luft. Ja, genau. Es ist überall der verdammte Staub. Rieselt vor Himmel, legt sich auf alles und verdirbt das Korn. Seit Monaten ist viel zu trocken. Und nun? Nachdenken und überlegen. Yukon Curry, Santa Rosa, Albuquerque, Holbrook, Ash Fork, Kingman, Sylvester Stallone, Steven Segar, Steven Spielberg, Steve Jobs, Spare Ribs, Chicken Wings, Hamburger, Cheeseburger. So, Herr. Untertitelung des ZDF, 2020